Zugstufeneinstelltechnologie. Bei KW nennen wir die Technologie TVRA, Twin Valve Rebound Adjustment. Dabei handelt es sich um ein zweistufiges Ventil, welches zwischen schnellen und langsamen Dämpfergeschwindigkeiten unterscheidet. Ihr habt genau 16 exakte Klicks, um die Zugstufe einzustellen. Somit könnt ihr die Anbindung des Fahrzeuges an die Straße bzw. das Ausfehlern des Fahrzeuges beeinflussen. Eine weichere Zugstufe gibt euch mehr Abroll- bzw. Fahrkomfort. Eine härtere Zugstufe hilft euch bei Wank- und Nickbewegung, das Fahrzeug besser zu kontrollieren.